Hallo und herzlich Willkommen zur Führerstandsmittfahrt über die Kursbuchstrecke 216, welche auch unter dem Namen Elbexpress bekannt ist. Die Fahrt führt uns heute aus der Lutherstadt Wittenberg, besser gesagt der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH und dem gleichnamigen Ort Piesteritz bis nach Dessau-Rosslau. Als Triebfahrzeug kommt die Baureihe 187, auch genannt Trax-3 von Bombardier Transportation Systems zum Einsatz. Und damit viel Spaß bei dieser kleinen Reise über die Schienen. Die Schieneiheer Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020